Hallo Ahe, liebe Leute. Mein Name ist Kazuya88. Vor ungefähr viereinhalb Jahren hat mein guter Kumpel, der liebe Bierbaron, auf seinem YouTube-Kanal ein ominöses Video veröffentlicht, in dem er uns vor einem Spiel gewarnt hat, das aus den finstersten Abgründen der Hölle zu stammen schien. Das Andenken dieses Spiels, der Fluch, verfolgte ihn bis heute. Und er hat uns alle ausdrücklich davor gewarnt, dieses Spiel jemals anzufassen. Die Rede ist von Castlevania The Adventure für den Game Boy. Wisst ihr, was mich so richtig ankotzt? Wenn mir jemand eines meiner all-time favorite Franchises so richtig madig macht. Und wir reden hier von Castlevania The Adventure auf dem Game Boy. Doch was Konami aus diesem Spiel gemacht hat, ist kaum in Worte zu fassen. Es ist scheiße. So richtig scheiße. Castlevania The Adventure war der Inbegriff von Fuck. Ein Schwierigkeitsgrad jenseits von Gut und Böse, verbunden mit einer total verkrüppelten Scheißsteuerung. Die panzerartige Lahmarschigkeit mit dem Sprungvermögen eines Betonblocks verbannt. Ein Level-Design, das unter diesen Voraussetzungen für nichts anderes als reinen Frust sorgte. Oh Mann! Einzig und allein der Sound war gut in diesem Spiel. Der Rest war für den Sack. Castlevania The Adventure. Diesen Klostein von Satan höchstpersönlich. Baaaaaack! All die Jahre habe ich mich immer gefragt. So schlecht kann das Spiel doch unmöglich sein. Oder? Aber was soll ich sagen? Meine Neugier wuchs und wuchs über all die Jahre und heute ist es soweit. Finden wir es heraus. Nein! Fals! Fuss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und an dieser Stelle nochmals ein lieber Gruß an den Gear Baron, auch wenn du nicht mehr auf YouTube aktiv bist. Ich habe deinen Kanal sehr gemocht und dieses Video ist gewissermaßen dir und deinen Reviews gewidmet, also vielen Dank dafür. Mit der Castlevania-Serie habe ich nicht wirklich viele Erfahrungen gehabt, zumindest erst in den letzten ein, zwei Jahren. Da habe ich mal Super Castlevania 4 gezockt, was richtig toll war. Und auf dem NES Mini, ich habe glücklicherweise eins ergattern können, was nicht irgendwie hunderte von Euros gekostet hat, habe ich das Original Castlevania und Castlevania 2 zocken können, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, auch wenn sie ziemlich, ziemlich schwer sind. Tja, und jetzt nehme ich mir eben den ersten Gameboy-Ableger vor, der wohl ziemlich schlecht sein soll. Vielleicht. Mal gucken, wie ich zurechtkomme. Aber legen wir einfach mal los und schauen wir mal, wie weit ich in dieser einen Stunde komme. Los geht's! Na dann, kommt her, ihr Zombies, ich werde direkt zu Dracula marschieren. Ah ja, da ist das herrliche Sprungverhalten von unserem Belmond. Ja, das ist jetzt das erste Gameboy-Spiel, was ich im Retro-Freitag-Let's-Let's-Player, und es musste einfach dieses Spiel sein. Denn ich fand das Video von dem Gebaron so lustig. Ich hatte mir schon lange vorgenommen, das irgendwann mal in einem Video zu behandeln, und welche Gelegenheit wäre besser als der Retro-Freitag? Oh Gott, ey. Die Gegner sind echt ganz schön flink. Bin ja mal gespannt, wie weit ich komme. Wow. Ah, so weit, so gut. Toll. Dem kann man nur sehr schwer ausweichen. Da unser Belmond nicht allzu weit springen kann, ach du Scheiße. Kommen dir noch mehr Augen? Ne, zum Glück nicht. Was macht dieses Kreuz? Macht es mich unverwundbar, oder? Was bedeutet das? Ah ja. Umso besser. Äh, Scheiße. Das ist echt schwer. Und die Gegner respawn natürlich ständig, ne? Das wird nicht einfach werden. Ja, lieber Bierbaron, falls du das siehst, oder alle anderen, die die Serie kennen, wie sind denn eure Erfahrungen mit Castlevania? Und findet ihr Castlevania Sea Adventure auch so schlimm wie der Bierbaron? Oder seid ihr der Meinung, das Spiel taugt was? Da würde mich natürlich eure Meinung interessieren. Und für die Retrofans unter euch, die Castlevania viel gezockt haben, wüsst ihr gerne mal, wie ihr dann die PS3 Castlevanias findet. Beziehungsweise auch Xbox Castlevanias. Die waren wohl ganz gut, aber hatten, glaube ich, nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Castlevania-Konzept zu tun. Und ich finde das richtig sehr... Meine Güte, der Typ springt, das ist die wahre Freude. Oh Gott, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Eben war ich noch unverwundbar und jetzt ist es schon wieder vorbei. Ich muss... Ah, verdammt. Schnell nach oben, ey. Das läuft ja gar nicht gut. Jetzt ein bisschen Heilung, das wäre nicht schlecht. Oh Gott, ey. Ah ja, genau, Unverwundbarkeit. Schnell weiter. Ich bin fast tot. Jetzt bitte ein Herzholz geht, sonst bin ich am Arsch. Verdammt. Äh, shit. Ich muss ein bisschen höher klettern, um das Ding zu erwischen. Ja, endlich mein Herz. Ich brauche dringend Energie. Ah, shit. Schon habe ich es versaut. Nicht schon wieder. Oh Gott, ey. Die Steuerung ist echt ganz schön schräger. Was? Ich habe doch gedrückt. Scheiße. Jetzt könnte ich echt dringend mal etwas Heilung gebrauchen, sonst sieht es schlecht aus. Oh je, oh je. Oh Gott. Oh Gott. Ach, glücklicherweise ist es hier ein Checkpoint. Wenn unser lieber Bermond die Peitsche mal ein bisschen schneller schwingen würde, hätte ich die Kerze da oben erwischt, ey. Das ist ganz schön fies. Nun trifft es sich ganz gut, dass ich einigermaßen geduldig bin, aber ich habe so das Gefühl, das Spiel wird meine Geduld ganz schnell auf die Probe stellen. Das ist jetzt gerade mal der erste Level, ey. Das ist echt... Was soll das nur werden? Einige der späteren Szenen kenne ich ja aus dem Review von Bierbaron. So weit werde ich wahrscheinlich nicht kommen, aber das wird die Hölle. Kommt dann jetzt weiter. Oh Gott. Genau das hat er gemeint. Das ist so fies, ey. So, diesmal habe ich das Scheißding erwischt, ey. Oh Gott, ey. Und schön langsam gehen, ne? Als wenn man auf einem Sonntagnachmittag Spaziergang wäre, ne? Man will ja nur Dracula vernichten. Ist ja nichts, wo man sich beeilen muss. Und ich sehe, da oben läuft auch ein Timer ganz erbarmungslos. Ich schätze mal, wenn die Zeit abgelaufen ist und man dann den Endgegner nicht besiegt hat, dann war es das wahrscheinlich. Ojemine, ojemine. Und dann? Geht doch. So, sehr schön. So, die Kerze schnappe ich mir mal. Wobei, Leben habe ich eigentlich genug. Ah, die Fledermaus wie Spawn natürlich. Oh Gott, ey. Ja, diesen Trick kenne ich noch vom Bierbaron. Anders kann man diese Sprungpassage überhaupt nicht schaffen. Was ja auch total für ein Arsch ist, wenn man so drüber nachdenkt. Oh Gott, ich erwische sie einfach nicht. Gibt's doch nicht, ey. Endlich. Und ich werde ja gleich respawn sie wieder. Was? Oh Gott, jetzt werde ich hier echt aggressiv. Oh Gott, ey, war das knapp. Na, was ist los? Es geht hier irgendwie nicht weiter. Oh! Der erste Endgegner. Oh Gott, verdammt. Nee. Tja, das war's. Continue. Yes. Muss ich jetzt wieder ganz von vorne anfangen? Oh Gott, also nochmal das Ganze. Einen Cut werde ich jetzt mal nicht machen, da ich noch so viel Zeit habe. Sollte das hier doch öfter passieren? Ich glaube, dann werde ich vielleicht mal einen Cut machen und wieder zum Endgegner gehen. Das Spiel ist echt heftig und das ist gerade mal der erste Level. Aber ich hatte den Endgegner fast. Das ist echt ärgerlich. Ah, meine Peitsche hat jetzt eine Spezialfähigkeit. Sehr gut. Kann ich vielleicht mal ein bisschen mehr ausrichten. Scheiße. Jetzt wurde ich getroffen und schon ist es vorbei. Leck mich doch am Arsch, dann lass ich ihn eben links liegen. Ja, Leute. Das macht echt Spaß. Ich bin begeistert. Ah, nein. Ugh, verdammt. Er bewegt sich so träge. Oh, lieber Bierbaron, du hast mich doch gewarnt. Wieso habe ich nicht auf dich gehört? Ah. Dieses Spiel geht an die Substanz. Ah. Oh, ja. Let's come here. Oh. Oh. Ah, falschen Upgrade. Scheiße! So, den habe ich. Oh Gott, diese Augen, ey. Und auf diesen kleinen Vorsprung soll man denen ausweichen, ne? Das ist, äh, unmöglich, würde ich mal sagen. Deswegen schnell weiter, solange die Unverwundbarkeit noch anhält. Oje, oje, oje. Urgh! Das ist ein Spaß. Ah ja, und wieder Unverwundbarkeit, schnell weiter. Vielleicht ist das hier sogar der Trick, dass man dieses Upgrade bekommen muss, um da durchzukommen. Das wäre zumindest eine Möglichkeit, auch wenn das ziemlich dämlich ist. Wenn man einfach ein bisschen besser springen könnte, ne, dann wäre es noch einfacher. Aber nee, so kann man es auch machen. Die Entwickler haben wahrscheinlich gewusst, ah, wir haben das Spiel viel zu schwer gemacht, also müssen wir ein paar Unverwundbarkeits-Upgrades rein tun, damit es nicht zu unfair wird. So, aber dadurch, dass ich den Level jetzt einmal gespielt habe, weiß ich so einige Sachen ja schon. Meine Feitsche ist jetzt ein bisschen stärker. Na komm her. Ist auch lustig, wie diese Zombies da von der Decke oder vom Himmel oder was auch immer tropfen. Das ist, äh, sehr seltsam. Aber okay. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ach, und schon bin ich wieder eine Menge Energie los, ey. So, die habe ich ja eigentlich schon geschafft, diese Sprungsequenz, ne. Oh Gott, ey. Oh, ja, oh Gott, ey, jetzt ist das Upgrade runtergefallen. Pfff. Ah, meine Feitsche ist stärker. Schnell weiter. Na, ganz ehrlich, ich glaube, ich gehe doch nochmal hier hin. Ich fuhre mir diese Upgrades, genau. Passt schon. Ich habe noch genug Zeit, um zum Endgegner vorzudringen. Ach so, da komme ich nicht, komme ich nicht hoch. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Ja, dieser Fledermaus. Genau, gib mir noch mehr Herzen. Und ein Upgrade für meine Peitsche. Sehr gut. Oh, Mann. Ist doch nicht wahr, ey. Mann. Fuck. Was ist nur los, ey? Hallo? Was ist denn jetzt? Ich verstehe das nicht. Ich drücke die Taste und... Er macht es einfach nicht. Haha. Oh mein Gott, ey. So, jetzt. Dab. 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 Geschafft. So, ich habe das Peitschen-Upgrade noch, das letzte. Ich hoffe, dass ich jetzt in der Lage mit den Endgegner zu bezwingen. Und dann noch ein Peitschen-Upgrade. Sehr gut. Kampfschone, 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 Kampfschone! Kampfschone, Kampfschone! Yes! Ja, meine Güte. Das ist verdammt schwer gewesen und äh… War teilweise auch extrem nervig. Und jetzt kommt Stufe 2. Ach du Scheiße. Ja, genau, ist klar. Oh Mann. Diese Fledermäuse, ey. Oh! Oh Gott! Scheiße, wie soll man denen denn ausweichen, ey? Oh Gott, ey. Das ist echt hart. Ach so, man kann die Hindernisse auch zerstören. Das ist ja schon mal was. Oh. Gott, ey. Oh Mann. Tja, wenn der nächste Gegner kommt, bin ich platt. Heilige Scheiße, ist das schwer. Puh. Oh nein. Das war's. Ein Leben noch. Und alles von vorne. Oh Gott, oh Gott. Diese Fledermäuse, ey. Komm ich da oben eigentlich irgendwie hin? Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht. Das gibt's doch nicht, dass er jedes Mal getroffen wird. Auf so großer Entfernung. Irgendwie ziemlich unfair. Eventuell. Jetzt muss ich mich auf jeden Fall noch geschickter einstellen als zuvor, weil jetzt gibt's bewegliche Hindernisse hier. Puh. 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 Mann. Gibt's doch nicht, ey. Das wird echt schwer. Oh Gott, ey. Ein Herz, bitte. Wenn's möglich ist. Ah, Glück gehabt. Oh Gott. Heilige Scheiße. Oh, nee. Letztes Leben. Ich frag mich, wie es jetzt ist, wenn ich jetzt gleich Game Over bin. Dann muss ich dann auch Stage 1 nochmal machen, oder darf ich dann von Stage 2 beginnen? Ich hoffe. Sonst werde ich definitiv mal einen Cut machen und versuche, mich wieder dahin zu kämpfen. Peitschen-Upgrade. So. Oh Gott, meine Peitsche schießt Feuerbäller. Wie gut. Inwiefern das jetzt Sinn macht, sei mal dahingestellt. Aber es ist gut, dass es geht. Scheiße, diesmal hat er mich natürlich erwischt. Hallo? Ich bin nochmal hoch da. Die Münze lasse ich jetzt mal liegen, ey. Verdammt. Oh, Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Oh Gott, sind die Gegner stark, ey. Aber so langsam werde ich besser. Scheiße. Mann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, ey. So, war das jetzt random, oder? Ah, nee, war nicht random. Zum Glück ist hier immer so ein... Ding, was mich komplett heilt, so... Nein, das gibt's doch nicht. Fuck, Mann. Fuck you, ey. Verdammtes Scheißspiel, ey. Ah, aber glücklicherweise... ...start ich in Stage 2. Also ist es... ...verdammt schwer, aber nicht zu unfair. Was für eine Tortur, ey. Oh, Bierbaron, ich hätte auf dich hören sollen. Ich hätte auf dich hören sollen. Was hab ich mir hier nur angetan? Aber ganz ehrlich, wenn du es geschafft hast, Dracula zu besiegen, dann werde ich das irgendwann auch schaffen. Jawohl! Na? Ich würde Castlevania's Adventure fast mal als Dark Souls der Gameboy-Zeit bezeichnen. Richtig hart. Verdammt! Die ersten Male hab ich's doch immer noch geschafft. Habe diesmal irgendwie... ...nicht. Shit. So. Ausweichen. Komm schon, ja. Gerade noch rechtzeitig. Nein! Oh, Gott. Ach Gott, das ist so nervig. So nervig! Wie ist das denn noch mal flatter? Wie er immer zurückgeworfen wird, wenn er getroffen wird. Das ist so bescheuert. Das ist die Fledermaus immer noch hier und nervt mich. Das gibt's doch nicht. Läuft echt nicht so günstig. Und die Bälle hüpfen hier auch noch rum. Scheiße, Mann. Diesmal hab ich das Ding erwischt. Verdammt. Oh je, oh je. Na, hab ich jetzt gegen den Ritter schon... Oh Gott, ich bin genau reingesprungen. Ist das schwer. Und ja, lieber Bierbaron, ich muss dir einfach zustimmen. Wenn die Steuerung des Spiels nicht so verdammt träge wäre, dann... ...wär das um einiges leichter. Verdammt. Verdammt. schon etwas besser. Oder auch nicht. Nein! Meine Güte nochmal! Ich auf die Taste hämere, damit er diese Peitsche schwingt. Es läuft gar nicht gut. Und das Timing zum Springen und gleichzeitig Schlagen ist auch total seltsam. Nein! Oh Gott! Nein! Vielleicht bin ich tot! Oh Gott, es läuft echt nicht gut. Dieses Spiel, ey. Das ist schon der zweite Game Over-Bildschirm. Gebe ich auf? Nein! Niemals! So. Also diesen Fledermäusen kann man fast nicht ausweichen. Das ist echt ein Krampf. Unglaublich ist das. Komm schon, jetzt noch das... diesen Feuerball und dann geht's weiter. Ich versuch mal was anderes. Ich versuch jetzt mal oben lang zu klettern. Vielleicht bringt das ja was. Oder auch nicht. Das gibt's doch nicht. Von wegen besser. Das ist überhaupt nicht besser. Das macht die ganze Sache nur noch schwieriger. Aber egal, jetzt hab ich's getan. Wie immerhin gibt's hier ein Herz. Und... noch ein Herz. Okay. Es lohnt sich wohl hier oben lang zu gehen. Aber jetzt... wird's schwierig. Ich hoffe, der respawnt jetzt nicht. Wahrscheinlich schon, aber egal. Ja, genau. Naja. Das nächste Mal versuch ich wirklich oben lang zu gehen. Da hab ich dann bessere Chancen. Jetzt bin ich schon wieder fast tot und du musst echt aufpassen. Oh Gott. Ein Treffer noch. Glück gehabt. So, bitte jetzt nicht wieder abstürzen. Oh! Ich versteh das nicht. Diese Steuerung, ey. Die macht mich noch krank. Ich meine, letzte Woche bei Tekken, da hab ich mich auch nicht gerade schlau angestellt. Aber das hier, das ist echt noch mal eine ganze Ecke härter. Und ehrlich gesagt, wenn wir so ein Dark Souls oder ein Bloodborne jetzt fast noch lieber als das hier. Das ist echt knüppelhart. Aber egal, ich hab nur eine halbe Stunde Zeit, also viel Zeit, um zu failen. Aber vielleicht komm ich auch endlich mal weiter. Ich muss mal versuchen, weiterzukommen, ohne getroffen zu werden. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann, aber ich werde es versuchen. Weil dann hätte ich dieses schöne Peitschen-Upgrade. Sehr gut. Dann werde ich jetzt aber doch unten lang gehen, denn ich hab ja jetzt das Geschoss. Jetzt bin ich auch bewaffnet hier. Tada! Geht doch. Das würde ich schon gern behalten, das Upgrade. Shit, getroffen. Und schon ist es vorbei. Mann, ey! Man kann die Dinger nicht so schwer ausweichen. So, ich versteh nicht, warum das eben geklappt hat und dann jetzt wiederum nicht. Ich versteh das nicht! Was ist da los? Mann! Ja, ja! Ihr nervt mich, ihr verdammte Fledermäuse, ey! Ich versteh das nicht! Glück gehabt! Ja, Gott, ey! Wieder Schlag! Seht ihr? Aus irgendeinem Gründe geht es hier gerade nicht. Oh Gott! Äh! Diese Steuerung! Verdammt! Oh Gott, ey! Es ist so schwer! Es ist so schwer! Ich versteh das nicht! Was ist da los? Nein! Natürlich geb ich nicht auf! Lieber Bierbaron, falls du das wirklich guckst, wirst du dich gerne mal, wie lange du gebraucht hast, um dieses Spiel durchzuspielen. Ich meine, du bist natürlich generell etwas vertrauter mit der Castlevania-Reihe, hast sie von Anfang an gespielt, also hast du generell nicht so das Problem mit schweren Spielen, aber das Spiel ist ja nur wirklich hier kommt direkt aus der Hölle. Jedes Mal, wenn man stirbt, hat man das Gefühl, dass irgendwo hinter einem ein Dämon oder Dracula persönlich lacht, wenn du sagst, ha ha ha, du Flasche, hast es wieder nicht geschafft. Guter Schlag. Ich versuch das jetzt nochmal. Scheiße. Toll, wenn ich dem zu nahe komme, dann war ich da zurück, obwohl ich eigentlich gar nicht direkt bei dem Vieh war, na egal. Also diesmal lasse ich diesen Krieger da unten einfach links fliegen und sammle lieber hier die Herzen ein. Und tschüss. So muss ich's machen. So, kann sein, dass ich vielleicht einfach zu früh gesprungen bin, dass ich warten muss, bis ich an der richtigen Stelle bin. Genau. Das war mein Fehler. Trotzdem. Ist nicht gerade tröstend zu wissen, dass es daran gelegen hat. Ich weiß echt nicht, wie man das schaffen soll, das Upgrade zu bekommen und gleichzeitig auf die Plattform. Ich finde, das geht nicht. Es ist unmöglich, behaupte ich jetzt einfach mal. diese Fledermäuse sind auch die Hölle. macht es mir eigentlich Spaß? Ja. Total. Oh Gott, ey, ist das, ist das ein Scheiß, ey. Trotzdem bin ich ja schon motiviert, irgendwie es doch mal durchzuspielen. Ich will mir auch sagen können, ja, ich hab es geschafft. Mann, jetzt, mach das Update doch mal, äh, Update doch mal. So, scheiß jetzt auf diese ganzen Punkte, ich will einfach nur weiterkommen. Nein, oh, jetzt hab ich das auch wieder versaut. Oh Gott, ey. eine harte Arbeit ist das. Verdammt! Na, zumindest das hab ich jetzt durchschaut. Und das ist zum Glück ganz gut, aber, also, ich wollte ja dieses Upgrade, Upgrade kriegen, aber ich pfeife da jetzt drauf. Ich brauche einfach, uah, nein, nein! Ist das zu fassen? Gott, ich finde das auch irgendwie so lächerlich, selbst wenn man die Gegner gar nicht richtig berührt. Na, wenn man gerade so in ihrer Nähe ist, dann weicht Belmond schon zurück und, äh, ist verwundert. Das ist echt zum Kotzen. ich gehe mal weiter, die Upgrades sind eh immer wieder in derselben Kerze. Scheiße! Oh Mann! Und schon wieder bin ich fast tot, ey. 2, 2, 3, 4, oh Mann! Gerade dachte ich hätte es noch rechtzeitig geschafft, aber nee, leider nicht. Es ist schwer. Ich könnte jetzt natürlich schummeln, ne? Für die Aufzeichnung, äh, spiele ich das Spiel ja per Emulator, aber ich weiß nicht. Ich will mir einfach beweisen, dass ich es auch so schaffe, ohne Rumtrickserei, ohne schnell speichern oder so ein Kram. Und deswegen mache ich das auch so. So. Wie geht's weiter? Volle Energie habe ich ja. Oh Gott! Volle Energie hatte ich. Ja, genau! Oh, das gibt's doch nicht, ey. Das war Mann! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh Gott, ey. Ich hoffe, diese Brücke stürzt jetzt nicht ein. Oh, Mann! Ja! Was soll ich denn noch machen, ey? Außer springen, ey. Pfff! Ja! Wie soll ich dem denn ausweichen? Das ist doch unmöglich! Also, einem Auge kann man vielleicht mit etwas Glück gerade noch so ausweichen, aber zwei hintereinander, das geht nicht. Ich gebe mein Herz hier. Geht doch. Unfair. Einfach nur unfair. Ja, das meine ich. Einem Auge kann man noch ausweichen, aber zwei, das ist zu viel. Und es gibt so selten Herzen. Nee. Oh Gott, ey. Adrenalin pur, ey. Oh Mann! Nein! Oh Gott! Nein! 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 Aber gebe ich jetzt auf? Nein! Immer noch nicht! Immer noch nicht! Niemals! Niemals! Und wieder hier. Aber immerhin, ich bin beim letzten Mal ja tatsächlich mal weitergekommen, ne? Das ist ja... Das ist echt unfair. Also, ein Auge, ne, mit ganz viel Timing kann man mit Hilfe dieser miesen Sprungmechanik das noch schaffen, aber zwei Augen kann man unmöglich überspringen. Das geht einfach nicht. Ja, da... Ich hasse es. Ja, da habe ich das Peitschen-Upgrade tatsächlich einfach so wieder leichtfertig vergeben. so ein Mist. Das ist tatsächlich mal eines der schwersten Gameboy-Spiele, die ich bisher gespielt habe. Ein anderes Spiel, was ich auch schon für den Retro-Freitag vorgesehen habe, das war auch ziemlich schwer, aber das Spiel würde ich sagen, das toppt ist. Schon allein aufgrund der unglaublich bescheuerten Spielmechanik. Komm schon, ich muss es doch mal schaffen. Nein! Ich wollte gerne weiterkommen, ohne dass die Fledermaus mir dazwischen funkt, damit ich... damit meine Peitsche Feuerbälle schwingen kann, aber nee, das war mir leider nicht vergönnt. Oh Gott. Ich finde es auch so affrig, dass man immer getroffen wird, wenn dieses Teil einen Feuerball speit. Also es ist nicht möglich, diesen Feuerball irgendwie aus dem Maul irgendwie zu zu schlagen. Ich habe es zumindest noch nicht hinbekommen. Ja! Oh Gott, diese Steuerung. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich müsste eigentlich nochmal nach oben, ich bin schon wieder tot. Wenn mich das nächste Hindernis trifft, dann war es das. Ja. Oh Gott, ey. Mann, wie viele Tode ich hier sterbe. In dieser einen Stunde, da möchte ich echt nicht mal wissen, wie viele das sind, wenn man das ganze Spiel durchspielt. das läuft jetzt aber gerade tatsächlich mal ein bisschen besser. Nein! Das war wieder das falsche Timing. Ich gehe mal unten lang, da ich jetzt genug Energie habe, um diesem schwer schwingenden Arschloch hier gegenüber zu treten. Verdammt! Der hält einfach so viele Schläge aus, sehen. Guter Schlag. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Mal sehen, ob ich jetzt weiterkomme. Wie gesagt, ich pfeife jetzt auf dieses Upgrade, weil ich es einfach nicht kriege. Sonst, lieber Bierbaron, falls du das siehst, kannst du mir sonst mal sagen, ob es möglich ist, dieses eine Upgrade zu bekommen und gleichzeitig auf diese Barrikade da zu springen. Ich persönlich würde es ja eher anzweifeln, aber... Oh Mann! Scheiße! Geht's doch nicht. Komm schon! Ich will auf die Brücke, auch wenn die verdammt unfair ist. Aber zumindest kommen nicht sofort zwei Augen hintereinander. Verdammt! Huh! Wie habe ich das denn jetzt geschafft? War das ein Bug? Ich war doch schon drüber! Erst mal ein Schluck Bier hier. Fuck! So langsam nehmen wir uns zum Ende der Folge. Aber noch gebe ich nicht auf. Es wäre ja schön, wenn ich das mal schaffen würde, zum Endgegner zumindest zu kommen. Versuchen wir es mal. Beziehungsweise nein. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Ich werde jetzt zum Endgegner marschieren von dieser Stage. Habe ich gerade beschlossen. Und nichts wird mich aufhalten. Keine verdammte, verfickte Fledermaus! Keine Feuerballspeinde, was auch immer das ist. Einfach nichts wird mich aufhalten. Nichts! So. Verdammt! Ich lasse es einfach nicht zu, dass ich aufgehalten werde. So. So weit, so gut. Es läuft Ich komme voran Die nächste Passage wird noch schwierig Da muss ich versuchen, ein bisschen mehr Energie zu behalten Scheiße Nein Ah, man kann das Ding doch zerstören Komm schon, komm schon, komm schon Oh Mann Schnell weiter, bevor mir das Ding noch mehr Energie abzieht So sieht schon besser aus für mich Da, wieso Mann, wieso Ich verstehe das nicht Aber ich werde es schaffen Oh Gott, ey Das ist so schwer Ein Herz Naja, ich weiß Dass ihr unfair seid Ich weiß, was ich nicht Ich verstehe das Ich verstehe das Ich verstehe das Nein, egal. Noch habe ich Energie. Oh Gott. Na also. Ich bin so weit wie noch nie zuvor an diesem Spiel. Vielleicht schaffe ich es sogar noch zum Endgegner. Na? Ist er das schon? Nee, das war wahrscheinlich nur ein Upgrade. Schade, schade. Oh, ich bin unverwundbar. Schnell weiter. Kann ich ja auf diese Fledermäuse pfeifen und schnell weitergehen. Oh. Oh shit, ey. Shit. Es läuft, es läuft. Ich komme weiter. Ich komme weiter. Oh nee. Na? Wo bleibt der Endgegner? Wo ist er? Nein, andere Richtung. Verdammt. Oh Gott, bin ich doof. Oh nein. Was war das denn gerade? Ich könnte mich irgendwie nicht nach rechts drehen. Oh, ich habe Glück. Oh, ich habe Glück. Ich habe Glück. Ein Checkpoint. Ein Checkpoint. Herzlichen Dank, ey. Und ich habe auch Glück, dass das Messer hier an diesem Rand hier nicht zurückkommt. Na also, vielleicht schaffe ich es sogar wirklich noch zum Endgegner. Oh, es geht nach unten und nach oben. Ich schaue mal erstmal nach unten. Lass mich raten. Hier ist der Endgegner. Oh Gott. Ja, ist klar. Aha. Ja, ist klar. Scheiße. Die können natürlich so toll springen, während ich also absolut unagil bin, ne? Oh Gott, ey. Ist das Hardcore. Game over. Naja, gut. Nee, Leute, das soll es gewesen sein. Ich kapituliere. Das war der Retro-Freitag für diese Woche. Das war Castlevania's The Adventure auf dem Game Boy. Meine Güte ist dieses Spiel schwer und schlecht zu steuern. Ob ich das jemals durchspiele, ich weiß es nicht. Ich werde es vielleicht mal versuchen. Also, so ein bisschen motiviert bin ich ja noch, aber es ist echt hart. An dieser Stelle nochmals ein weiterer Gruß an den lieben Bierbaronen. Auch wenn er aktuell nicht mehr auf dem Kanal aktiv ist, könnt ihr gerne mal auf seinem Kanal vorbeischauen. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung und auch den Link zu seinem tollen Review. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche im Retro-Freitag. Oder beim Retro-Freitag. Mein Name ist Kazuya88 und bis gleich. Auf Wiedersehen. at Bis zum nächsten Mal.